Aktuell wäre ja der FC Schaffhausen gegnert. Also wirklich, da lege ich Proteste ein. Das Schaffhausen-Parasstätten? Schaffhausen, die hatten in dieser Saison mehrmals unter 500 Zuschauer. Jetzt spielt es um den Aufstieg mit. Sie hatten gegen Xamax nicht einmal 700 Zuschauer. Also ich weiss, dort liegt vieles im Argen und die Fans sind nicht Fan von dem neuen Stadion, wo der ehemalige und verstorbene Patron Anielo, dort einfach Anielo Fontana, einfach hingestellt hat. Ist das so? Warum? Der hat das einfach durchgestiert. Er wollte hier unbedingt das Stadion. Das ist so sein Vermächtnis eigentlich. Aber sonst wollte eigentlich niemand das Stadion. Otto und Gabriel Vetter in diesem Podcast. Das ist ein Stadion mit dem Charme eines Auschaffungsgefängnisses. Ja, das trifft es relativ gut. Aber auch dann könnte man sagen, wenn jetzt alles sonst gut wäre zwischen dem Verein und der Bevölkerung und den Fans, dann hätte es trotz 700 Zuschauer für einen Aufstiegskandidaten. Krienz. Krienz verliert die ganze Saison und hat wesentlich mehr Zuschauer im Schnitt als Schaffhausen. Krienz. Krienz.